Heyo Leute! Hallo! Hallo! Also wir hatten irgendwie blöde Probleme. Aber okay. Bist du auch in so ner Drohne? Ja natürlich! Ist doch geil! Meiner! Jajaja Also machst du links und ich rechts oder wie? Ja, oder wie? Es ist scheiss egal. Ich hol' den! Ja, kannst du den holen? Ja natürlich! Ich hab mir einen ganz klein gekriegt. In guter Zeit, Shonday! Talk to me, Pearce! Almost back there! Ihr bleibt mich informiert! Mhm, 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 okay. Ja, ähm, wir reden uns. Oh no no, dieses Spiel ist durchgeknallt. Vorhin diese Missionen bestehen irgendwie nur aus Leute-Töten. Ja, das war lustig. Ne, ich mein, das ist dann nichts, was man sechs Stunden auch durchgängig machen kann. Ja, muss man ja auch nicht. Ja. Trotzdem macht das Spiel Spaß. Ja, natürlich! Dagegen hab ich ja auch nichts einzuwenden, das Spiel ist geil! Ja, das stimmt. Ah, was ist das jetzt? Ne, der doch? Wir können nicht den Ball ausbauen! Gehen hier, das wäre schlecht! Ja gut, du solltest jetzt wahrscheinlich erstmal kurz erklären, warum du jetzt alle Waffen hast und alles. Ja, weshalb auch immer ist der Spielstand von, äh, mein Singleplayer anfangen, äh, irgendwie hier geladen worden und, ja, deswegen sehe ich jetzt so aus und, ja. Ich hab alle die Waffen. Die ich aber nicht, noch nicht benutzen werde, bis wir noch nicht das, äh, Domizil haben. Ja, ich hab alle die Waffen. Wahrscheinlich versteht ihr mich grad gar nicht, weil das Spiel viel zu laut gerade irgendwie ist. Du redest saulaut. Okay. Das klingt ziemlich übersteuernd und alles. Nee, egal! Wieso ist denn das Spiel laut? Hast du das nicht leiser gemacht? Nö! Weißt du doch! Was habt ihr gewartet? Warum? Ey, du sollst ja das Mikro einschlupfen. Wer? Du! Ich hab grad gar nichts gemacht, du Mongo! Doch, du hast geatmet. Tut mir leid! Ja, der Lodge. Du hast geatmet. Du hast geatmet. Nee, du musst doch nicht immer übertreiben, ganz ehrlich. Warum landen wir? Ich hab Angst! Will dich! Was tust du grad mit deinem Mikro? Na tut mir leid, ich hab meine Nase gejuckt. Dann bin ich an das Mikro gekommen. Aha. Du hast mit dem Mikro deine Nase gejuckt. Nö! Girl, du wirst nicht messen. Lass uns das machen. Fuck you! Ich mach das für Johnny! Okay, was wenn wir die Jungs bringen? Wir brauchen ein neues Platz. Du bist über die Real Estate? Wir haben Schäden. Lass sie nutzen. Relax, Shaundi. Wir haben alles geschlossen. Was? War dir nicht gut? Nee. Achso, stimmt. Das hat ja vorher... Genau, da war ja was. Boah! Respekt 2! Und das Domizil. Und ne Reaper-Drohne. Echt? Ja. Und übelst viele Verbesserungen. Jetzt kommen die ganzen Verbesserungen. Boah. Ja, bei dir. Bei mir nicht. Bei mir nicht! Wieso? Das hab ich doch schon durch. In meinem Single-Anfang. So, stimmt, ja. Deswegen... Ja, egal. Egal, ich geh trotzdem nochmal ins Domizil, damit ich euch alles zeige. Also, man kann hier richtig coole Sachen noch machen. Und ich glaub, ich mach das mal so. Ah, jetzt kann ich hier alle tollen Packs durchgehen. Mach das so! Ah, so. Geht doch. Okay. Jetzt Kleiderschrank. Mach das so! Komm. Gut. Und ne schicke Brille. Ne, die kommt noch nicht. Gibt noch keine. Noch nicht. Oberkörper. Ach du Scheiße. Was denn? Egal. Du wirst zählen. Und ne schicken Wuchs, ne? Ach so. Okay, hier nochmal. Hier zeige ich euch nochmal die Garage. Was für Autos hier noch sind. Und dieses Genki Car. Das Ding, was geil ist. Das ist auch cool. Ja, das macht Spaß. Hab ich noch nicht gefahren. Ist geil. Mit Flammenwerfer da so vorne dran. Ist auch ganz cool. Und hab ich auch noch nicht... Bin ich auch noch nicht gefahren. So. Ist jetzt nochmal hier das Arsenal, was ich jetzt hier so neu hab. Also ich hab jetzt halt diese Raketenwerfer. Den werde ich aber nicht so oft benutzen. Vor allem diese Waffen, weil die einfach viel zu wenig Munition haben. Bis auf die Sniper. Die hat genug Munition und ist geil. So, Arsenal. Jetzt kann ich endlich auch das hier da. Geht doch. Dann gehen wir einfach mal da drauf. So. Hier hab ich nix. Ich hab auch keinen Nahkampf oder Waffe oder so ähnlich. Und dann... Übernehmen und... So halt. Gut, dann würde ich sagen. War das auch schon wieder ne Folge, oder? Ich würde auch sagen. Dann bis gleich. Noch einmal. Oder? Ja, noch einmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, tschau. Und da sind wir wieder. Wollte ich jetzt nicht eigentlich aufnehmen? Ja, ich weiß. Deswegen frag dich ja, ob noch einmal. Ach so. Aber ich wollte unbedingt nochmal diesen Charakter von mir zeigen. Das ist einfach. Ja, ist doch schick. Wunderschön. Jetzt gucken wir hier bei mir. Ich mein, ich seh auch schon sehr geil aus. Warte mal, lass mal hier rausgehen. Also ich bin so schön. Nee, komm mal raus, komm mal raus, komm mal raus, komm mal raus. Ach so. Ja, ich seh schon den Balken hier. Oh, oh, oh ja. Mit meinen hohen Schuhen. Ist aber ein kleiner Balken. Also ich hab hier die schönen Strapsen. Alter, Vater, ey. Alter. Ich. Alter, genial, ey. Alter, oh ja, oh ja. Schwing es, schwing es. Schwing dein Tanzbein. Oh, oh ja. Oh, ich wurde angefahren. Warte, das macht die Polizei auch gleich. Sniper nehmen und Polizei. Nein, okay. Nein. Nein. Also nächste Mission, sagst du? Machen wir jetzt. Ja, oder willst du jetzt aufnehmen oder nicht? Oder soll ich grad noch, oder? Musst du eigentlich sagen? Musst du? Mach jetzt, hast du angefahren. Ja, okay. So, welche Mission machen wir denn jetzt? Warte. Aufträge. Piers, die ich komme. Schlutz hat abgelehnt. Du bist schuldig. Was? Was? Hab ich nicht. Wieso hast du abgelehnt? Ich hab nirgends abgelehnt. Angeblich hast du abgelehnt. Und? Nimm's dann. Ja, geht doch. Wie ist die Crew? So. Wie ist die Crew? Wie ist die Crew? Wie ist die Crew? Wie ist die Crew? Nein. Warte.